Man macht früh auf, denkt, scheiße, was hab ich hier gemacht? Das hatte ich auch nie. Erst mal ins Bad gehen, gucken, ob die Pille irgendwo liegt. Also wenn du die Pille nimmst, Manus, dann gibt das nix, ne? Was hast du gemacht, wenn nein, Manus? Klopp sagt, was, Anne, hat einen Mann? Ja, ich hab sie nur verkniffen, aber ich wollte vorhin schon sagen, ja, ihr habt richtig gehört, Anna hat einen Mann und die Zuschauerzahlen werden jetzt einbrechen. Ja, es sind schon wieder zwei weg jetzt, es sind nur noch 18 Leute da. Zwei Interessenten sind gegangen. Das darf man auf YouTube auch nicht erzählen, ne? Was denn? Ich hab das anfangs wirklich nicht so erzählt. Ja, das darf man nicht, also... Als Frau meinst du? Ja, als Frau nicht. Als Mann, wieso? Als Mann doch vielleicht auch nicht, ne? Als Mann? Eigentlich auch nicht, ne? Was denn? Na gut, jetzt ist... Na, was davon ist ja auf YouTube? Ich weiß jetzt, ich steh grad auf dem Schlauch. Wenn man halt vergeben ist. Ach so, warum? Das ist schlecht fürs Business. Das ist eher als ein schlechtes Business. Ja, das stimmt. Aber ich bin für alles offen. Muss ich ja jetzt sagen, weißt du? So, back in Business. Ich find's ja... Ich find's okay von Manus. Ist das noch ein Satz? Ich find, es ist absolut nichts dagegen einzuwenden, wenn man... Fremdgehen. So flirty miteinander umgeht. Fremdgehen. Wenn man fremdgehen auch so so... Wenn man was hat. Ich hab gesagt, wenn man flirty miteinander umgeht, was Manus in Fremdgehen übersetzt hat. Nein, würd ich nie machen, aber... Keine Ahnung. Ups. Ups. Da ist mir wohl einer fremdgegangen. Äh, ein... 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 Ein Hieb. So. Böse, Anne. Okay, Anne, jetzt ist es aus. Ich bin weg. Schreib, Klaus. Nein. Sag ja, du bist am Marsch. Ist doch alles nicht so gemeint. Ich hab schon die Scheidung eingereicht. Hahaha. Ja, die hast du für mich nie eingereicht. Hahaha. Ja, Tobal. Für uns war was ganz besonderes. Dominik, danke fürs Followen. Und der Nächster. Da, der gleich wieder weg ist. Hahaha. Tschüss, Gorobei. Hallo, Dominik. Hahaha. Oh, nice. Goro, wer war das? Der Dominik war... Der Dominik. Sag mal, hab ich jetzt schon wieder die ganze Erde verballert? Das gibt's noch gar nicht. Hallo, Niklas. Ich hab so viel Erde abgebaut. Und das schon wieder alle. Das ist ein Verarsch, ey. Verdammte Spitz-Axt. Genau ein Sandblock zu wenig mitgenommen. Ah, Skelett. Au. Ey, die bauen solche riesigen Gebäude. Ich will das auch haben. Das kotzt mich an. Was denn? Ich will auch so ne riesigen Gebäude haben. Das kotzt mich an. Mein Tempel ist voll mickrig. Ja, noch. Du musst mehr spielen, war das. Im Osten hat man halt nicht so die Mittel. Riesige Bauten zu bauen. Irgendwann, ey. Sag dir, wenn wir uns mal live treffen, ey. Krieg ich dann einen respektvollen, freundschaftlichen Slap, oder was? Ja, ein Cockshellenslap. Danke, Snoti. Ich hoffe, Cockshellen ist sowas wie Seychellen. Also ein Urlaubsort. Ja. Kennst du nicht? Cockshellen ist ne Insel in der Dominikanischen. Ja, ja. Ein Bermuda-Dreieck, ne? Ja. Ey, w-w-w-moment. Ey, ich war hier beschmissen von so... Was ist denn das? Eine Hexe, Manus. Ja, warum? Die beschmeißen mich schon mit Ränken. Die ganze Zeit schon beim McManus angucken. Er ist ja gut, dass wir jetzt... Ey, zur guten Seite der Machtwechsel. Ich bin tot! Fuck! Na, tot ist aber nicht. Das würde im Chat stehen. Du wolltest mich freuen. Ach ne, ich hab Poison, aber... Du kannst nicht sterben an Poison. Na, die ist ja doof. Macht die mir so ne Angst, ey. Ich hab mir fast ins Händ geschissen grad. Das will ja keiner sehen, Manus. Wie, das will keiner sehen. Außer man hat irgendeinen komischen Fetisch, über den ich jetzt gar nicht sprechen möchte. Ne, da möchte ich auch nicht drüber sprechen. Das geht mir dann auch zurecht. Ah, ich finde, da können wir ruhig mal... Oh, Goro! Jetzt haben wir ihn geweckt. Seine geheimen Leidenschaften. Der Goro hat den Fetisch. Den Fäkal-Fetisch. Fui. Ah, der Goro bei. Wie nennt man's? Kaviar in der Fachsprache? Was? Ernsthaft? Ja. Woher weißt du das? Keine Ahnung. Ah, das wusste ich auch nicht. Ah, ihr seid doof, ey. Jetzt steh ich wieder voll Kacke da, aber warum wisst ihr das nicht? Ich weiß nicht, aber wirklich. Hast du das selber gesagt? Ihr seid so gemein. Es war ein Spaß. Keine Ahnung, ob das so heißt. Ach man, alle, die es jetzt wissen, dass es so heißt, sagen eh, ach man, Kacke. Da red ich mich nicht mehr raus. Das ist doof. Dichsoftball sagt an, ich bin dein Vater. Echt? Papi! Ups. Alleine merkst du, wie er so versucht, so klicklich zurückzurudern. Ach, das gibt's kein Zurückrudern, das Ding ist doof. Das ist zum Kotzen. Manus ist einfach mal meine Fresse. Das kennt Manus aus der Stichwort-Suche von hier U-Porn. Tag. Er macht immer seine Tags auf U-Porn so, ne? Ja. Daher kennt er das. Genau. Ach, das hat immer anders. Da muss ich mich nicht für schämen. Ich schäm mich für nichts. Let's Play Naked auf U-Porn immer. Ich wollte das bei YouTube hochladen. Oh Mann, ey. Meine Folgen kommen 14 Uhr. Da hab ich keinen Bock drauf. 14 Uhr. Was muss man da? Da hast du keinen Bock drauf? Auf Pixel muss man da immer, ne? Auf YouTube da. Wenn die Let's Play Naked Folgen, ne? Ach so. Let's Play Naked. Machst du sowas echt? Jaja. Was baut Dalu? Mit Einölen und so? Dalu macht so eine Villa hier, so eine Lava-Villa irgendwie. Lava-Haus. Lava- und Wasser-Haus? Ja. Ja, Lava-Haus. Hallo Honey. Und hallo Doro. Ist Doro da? Ist das grad richtig drin? Wie kann man jetzt reingehen? Das sieht ziemlich gefährlich aus. Ja, Doro ist da. Und... Ja, und Honey ist auch wieder da. Bin hier voll... Ey, bin ich schon schlecht im Rächeln, ne? Ich muss jetzt hier die Säule schon zum... Was weiß ich wieviel Mal bauen. Ey, krass konkret, Alter. Bin ich so schlecht, du, ne? Bist du voll schlecht? Hat dir noch ne Zuschauerfrage oder so? Ähm, ich könnte noch von meinem Fragenvorrat was fragen. Ja, das wär cool. Ähm... Wie häufig habt ihr euch im Real Life schon so richtig verirrt? Ey, du meinst jetzt so Navi... Navigatorisch? Ja, wie... Verlaufen halt. Mhm. Ah! Also so richtig krass hab ich mich noch nie verlaufen, muss ich alles sagen. Neeeein! Echt nicht? Mhm. Also jetzt so wirklich so richtig krass verlaufen? Ne. Also ich möchte die Frage eigentlich nicht beantworten. Hahaha. Warum? Ich kenn die Story schon von Tore. Du hast es nun mal richtig krachen lassen. Ich verlaufe mich halt immer. Ernsthaft? Ich glaub ich hab mich... Ist er nicht süß, der kleine Tore? Ja. Ach, süß. Wo hörst du da rum? Bist dann immer in der Pornoabteilung in der Videothek auf einmal, ne? Na, es ist... Dein kleine Go-By möchte bitte aus der SM-Abteilung abholen werden. Hehehehe. Ich verlaufe mich überall. Ehrlich jetzt? Ja, ohne Scheiß. Bist du so ein Orientierungs-Noob, oder was? Ja. Krass. Ich hab keinen Orientierungssinn. Na gut, sowas soll es geben, ne? Ja, hab ich halt nicht. Das ist... Ist ja auch eine anerkannte Behinderung, ne? Ist das? Nein, ich weiß nicht. Hahaha. Jetzt lach doch nicht darüber! Hahaha. Ist das wirklich? Gleich Rente beantragen gehen hier. Hahaha. Hahaha. Nein, ich kann da mit dir fühlen, weil ich bin auch nicht so gut da an mich zu orientieren. Also... Ja, aber auch nicht so schlecht. Ich hab mich in meiner Heimatstadt auch schon verlaufen. Oh Gott! Flensburg ist doch gar nicht so groß. Ne, ist es auch nicht, aber... Wie groß? Äh, 80.000, glaub ich, sind da. Ja, okay, das ist... Das ist ja sweet. Na ja, was heißt sweet? Na ja, was heißt sweet? Ja, das ist schon eine kleine Stadt, ne? Ne Großstadt. Das ist, äh... Flensburg Big City Life. Big City Life. Das ist die Erweiterung von Sims 3 und Flensburg Big City. Wenn die Straßengangs kommen, musst du auffassen. Ich darf sagen, da haben die nicht anhalten in manchen Gebieten. Da sind keine Felgen mehr auf dem Auto. Das sind... Das sind aber dafür vier neue schöne Backsteine. Die machen sie direkt ab da. Ja. Anne, wann hattest du deinen ersten Kuss? Musst du nicht beantworten. Boah, das ist ja so eine intime Frage jetzt. Deinen ersten Kuss? Ja, spät halt. Lach wirklich aus. Wir lachen nicht... Wir würden nicht nie auslachen. Ich weiß nicht mehr ganz genau, das muss mit... Ey, über sowas lacht man nicht, sag mal. 5,16. Boah, so spät! 15,16. Aber so wie Goro feier ich nicht. Also er meins ernst. Er lacht dich wirklich aus. Ich lach ja nicht überhartig. Jaja, das hätte ich jetzt auch gesagt. Ich habe ja nur wegen dir gelacht. Könnte ich bis hier auch Rock drehen, Freund. Naja, aber Anne, 15 ist da jetzt nicht zu spät. Meine Freundin darf das erste Mal mit 27 ins Kino. 15 Uhr. Was? Äh, nicht... Ach, meine Freundin. Meine Tochter. Darf wann ins Kino? Mit 27 das erste Mal mit 15. Äh, das erste Mal 15 Uhr. So soll es sein werden. Und der einzigste Mann in ihrem Leben wird immer und auf ewig ihr Papa bleiben. Oh Gott! Hast du eigentlich schon Angst, wenn sie ihren ersten Freund mit nach Hause bringt? Oh ja. Du hast einen Familiendrama vorprogrammiert, würde ich sagen. Das erste, was ich zu ihm sagen werde... Manus, wenn ich dir aktiv gehen darf, ja? Ja. Um dir einiges Leid zu ersparen. Mhm. Wenn sie einen Freund hat, der dir nicht passt, ne? Hau ich den Paufs mal. Lass sie einfach. Weil es wird eh nichts bringen. Je mehr du Widerstand leistest, desto mehr wird sie da... Das erste, was ich zu ihm sagen werde, ist... So, Freundchen. Nur zur Info. Ich hab kein Problem, wieder zurück in den Knast zu gehen. Not bad. Not bad. Not bad. Ja, für seine Tochter macht er Manus alles. Mhm. Sorry, aber... XF. Ja, äh, toll. XD. Ja, sie lachen mich aus, weil ich mit 15 meinen ersten Kuss handrehe. Ach, jetzt hört doch mal auf, Leute. Na. Ich war... Ich war... 13 oder so? Guck, das ist jetzt auch nicht viel Jünger. Ja. Ja, ist doch... Es ist doch nicht schlimm, um Gottes Willen. Äh, wichtig ist doch, dass es der Richtige war in dem Moment. Oh, das hab ich schön gesagt. Ich hab nicht mit dem Richtigen geknuscht, das kann ich ja schon mal sagen. Ach so, du warst nicht... Ach, du warst gar nicht schwul, Goro? War das nicht schwul? Nein, hast du nicht gesagt, Goro war das? Was? Hat Anne dir das so erzählt? Nein, komm ich weg. Tata ist schwul. Vor allen Dingen, wie er noch so ganz leise... Hat Anne dir das erzählt? Ach so, ich will solche Fragen jetzt nicht nur beantworten. Äh, nein. Und ihr mich auslacht hier. Wir lachen dich doch nicht aus. Ist das... Hat sie das so jetzt... Manos jetzt immer so unter uns? Komm, wir gehen in einen privaten Channel jetzt, aber kurz. Wir grunzen... Manos. Ähm, nein, das hat sie nicht so erzählt. Nein, natürlich nicht. Nein, wirklich nicht. Nein, ist okay. Ja, ne, aber mit 15, äh, mit 13 ist doch... Pfff... Ist ja okay. 15. Ist doch normal, oder? Ne, ich mein ja Goro, du bist out. Ach so, ich bin out. Ja, du mit deinen 15, das ist ja... Nicht Spaß. Hä, wo ist meine Home? Keine Ahnung. Und ich mein nicht Manos. Ich weiß, wo meine ist. So. Ach, keine Ahnung, ich bereue jedenfalls nichts von... Also die Leute, denen ich was hatte, da bereue ich wirklich nichts. Das ist doch das Wichtigste. War es alles wehren. War er gut? Ja. Das ist ja auch so ne Frage. War der erste Kuss denn gut? Ähm, er war, so im Nachhinein betrachtet, war er wirklich nicht schlecht. Aber in dem Moment hab ich gedacht, ein Küssen wird irgendwie überbewertet. Hast du das echt gedacht? Ja. Also, ja. Weiß nicht, das ist ja auch von den Medien so gehyped, weißt du, dann denkst du so, äh, ne, so nach dem Motto, hast gleich einen multiplen Orgasmus, wenn du den ersten Kuss hast oder sowas, ne? Was ist dein multiplen Orgasmus? Dass du das fragst, Manos, macht mich gleich, gleichsam traurig, wie auch betroffen. Also, ich hab auch als erstes gedacht, Manos, das fragst du jetzt nicht ernsthaft. Was ist denn da? Sag mal. Das ist, wenn du, äh, wenn du mehr als einmal kommst. Ich überlege gerade, ob Manos das jetzt erst meint. Das Manos, das, das, ich, oh, ich bin hier gerade über Lava, ich kann gerade nicht lachen. Das ist, äh, für dich ist es, also nicht so relevant, wie jetzt für, äh... Frag mal deine Freundin, ob sie sich noch dran erinnern kann, wie das mit den Freunden vor dir war. Oh, 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 oh Weißt du was ein Orgasmus ist oder soll ich dir das auch nochmal sagen? Nein, ein Orgasmus glaube ich weiß ich was es ist. Aber wohin kommt die Frau? Wer hat als einen, dann ist das halt ein multipler Orgasmus. Ach, unter dem selben Geschlechtsrein. Das geht? Ja das geht, natürlich geht das. Wie macht man das? Wie man das macht? Durchhalten. Aber wie lang? Also wie lang muss man... Okay, ich versuche immer meine 5 Minuten zu schaffen. Cool, das ist gut, dass du 5 Minuten sind gut, Manus. Ich versuche immer meine 5 Minuten durchzuhalten. Ja der deutsche Durchschnitt ist ja 7. Echt? Oh shit. 7 Minuten ist der deutsche Durchschnitt. Tja ne, dein Freund ist ganz schön schlecht, he? Weil so wie du jetzt gefragt hast... Echt? So lang? Das wäre jetzt eher umgekehrt gemeint. Sieben Minuten ist ja... Ja, aber ähm... Ich habe ein Geschenk für dich. Guck mal. Ich weiß natürlich... Hast du gerade Hunger? Ja. Warte, guck. Ich habe hier so eine Energy Kartoffel. Warte. Hm. Hier. Okay. Nimm die mal. Weil die kannst du dann nehmen und dann füllt die deinen ganzen Hunger auf. Also deine ganze Hungerleiste. Lügst du ihn gerade an? Nein. Natürlich. Volles Rohr. Das ist bestimmt so eine Poison. Ja, ja. Sie denkt, wir im Osten wissen nicht was Poison heißt. Amen. Lies was Liana geschrieben hat. Was hat Liana geschrieben? Ähm. Was wo? Wen? Aber es gibt ja auch Frauen. Ich entschuldige mich, dass ich nicht hier war. Und mein PC ist abgeschmiert und ich wollte fragen, ob ich eben fix in euren Channel darf. Aber was willst du denn in so einem Channel? Das hättest du mich fragen sollen. Eine brauchst du es nicht fragen. Eine ist skrupellos. Eine ist skrupellos. Naaah. Seht mich an. Ich bin skrupellos. Ah, guck mal. Der Aussie-Zocker folgt jetzt auch nie. Danke dafür. Wer folgt dir? Der Aussie-Zocker. Siehste? Sag's doch. Niveau, wir sinken. Ja. Ich wollte dich nicht ignorieren. Tut mir leid. Hallo Flo-Drolli. Was ist besser, Maggi oder Maggi? Ist hier die Frage. Das ist geil. Das ist geil. Das ist wirklich mal cool. Gute Frage. Soll ich die an die Wand schreiben? Ey, mach mal. Ey, ohne Scheiß. Die Frage ist doch awesome. Was ist besser, Maggi oder Maggi? Wie geil ist das denn bitte? Maggi oder Maggi? Ja. Dann muss ich ja ganz klar mit Maggi beantworten, weil ich bin ja nicht so der Maggi-Fan. Aber Maggi ist wirklich cool. Maggi ist aber auch nicht schlecht. Das stimmt allerdings. Da muss ich probieren. Ne, Maggi habe ich jetzt noch nicht so probiert. Oh mein Gott. Hashtag Homo. Nein. Aber ich mag Maggi auch. Also Maggi ist echt geil. Sollen wir Liana kurz reinziehen? Warum nicht? Aber nur kurz. Keine Ahnung. Wo ist sie denn? Was für ein Gast? Ein Gast. Achso. Gast. Wo ist denn Liana? Sie kann doch reinkommen. Sie ist doch Mod? Ist sie? Sie ist Mod, ja. Ja, dann sollte sie doch einfach reinjoinen, weil ich sehe sie gerade nicht. Sonst kann ich sie auch nicht m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m. Mit dem Multiple Orgasmen funktionieren oder was? Mit den Titten Thumbnails. Doch, doch. Das habe ich verstanden. Ne, doch. Das habe ich verstanden. Was denn? Na, wie das hier funktioniert. Mit den Multiple Orgasmen funktionieren oder was? Mit YouTube und Twitch. Mit den Titten Thumbnails. Doch, doch. Das habe ich verstanden. Das fand ich bei Horji damals zu geil. Dass er meinen Livestream angekündigt hat und dann Titten in Thumbnail gemacht hat. Achso, ne. Das weiß ich gar nicht. Ehrlich jetzt? Ja, er hat meinen Livestream angekündigt. Ja, eine Freundin von mir streamt heute Abend. Und hat dann einfach mal fett Titten in Thumbnail reingepackt. Wie geil ist das denn? War dein bester Stream, oder? Fand ich so ein bisschen granswertig. Fand ich so ein bisschen granswertig. Fand ich ein bisschen granswertig. Arne, wie findest du die Konsolen PS4 und Xbox One und welche findest du besser? Also, ich würde mir im Zweifelsfall die PS4 holen wegen der Spiele, die darauf spielbar sind. Aber ich habe weder das eine noch das andere, weil ich auch keinen Fernseher habe. Ja. Und da war vorhin noch eine Frage. Oh. Ich habe eine PS4. Manus stinkt nach Magi, steht hier. Aber Harz wenn dann. Tut er ja gar nicht. Was sind eure Lieblingstiere? Mein Lieblingstier ist ein... sind Möpse. Ah, das war so klar. Mein Lieblingstier ist das Zebra. Du hast sie nicht mehr, Alter. Ist halt so. Warum... was ist schon wieder so klar, Anne? Hm? Was ist denn schon wieder so klar? Weil ich sage Möpse. Und deine Lieblingsfrüchte sind Melonen, oder? Mann, ich habe einen Mops. Ich weiß, dass ihr Mops habt. Naja, also... Guten Abend. Hallo. Guten Tag. Na, Diana. Na, Diana. Na, Tino. War doch schön, oder? Was war schön? Das, was ich geschrieben habe. Wenn du es mir nicht glaubst, frag da. Hallo. Ja, das war echt. Da war ich echt krass überrascht, ey. Was denn? Das ist unser Geheimnis, verdammter Mal. Tino kann... Nein, Tino kann euch das gerne erklären. Das gilt auch für die anderen beiden. Gokobai und Anonymous. Was heißt das? Ich habe ein Spendenziel. Und zwar ist das ein neues Mikrofon, das rote NT1A. Es hat ja Phantomeinspeisung, deswegen mit Mischpult und einen Arm für den Schreibtisch. So, das Ganze habe ich mir mal angeschaut, würde insgesamt alles 280 Euro kosten. Ja. So, deswegen habe ich mir das als Spendenziel mal einfach bei Twitch rein, dass die Leute auch wissen, wo das Geld hingeht oder für was ich das verwende, wenn jemand unterstützen möchte. Und da hat mir die Liana geschrieben, wenn es bis Ende Dezember, Anfang Januar nicht zusammen ist, dann gibt sie den Rest. Uh! Da habe ich gesagt, das ist aber ganz schön awesome. Lässt ihr aber ganz schön die Spendierhosen runter? Na ja gut, man weiß ja nicht. Schaut mal bei Dalu auf dem Twitch-Kanal nach, dann wisst ihr, was ich meine. Erzähl mal. Okay.